hallo zusammen und willkommen bei meinem neuesten let's play batman arkham city so ich gehe hier schon mal weiter weil die mucke hier verdammt laut ist er übernimmt die einstellung nur über den spielstand ich habe dann nur die sound einstellung angepasst sorry habe noch nicht angefangen ja wie komme ich auf das spiel ist ja jetzt eigentlich schon länger draußen für pc noch nicht ganz so lang kam glaube ich dezember november und ich habe jetzt die pc variante gewählt wie ihr schon an der mause kennen könnt weil die einfach grafisch detaillierter und besser ist okay und sie ging auch ein ticken günstiger ran als die von der ps3 ohne lang darauf warten zu müssen angesteckt hat mich ein freund damit der let's play das schon ich hoffe ist mir nicht allzu sauber wenn ich jetzt auch let's play aber ich denke nicht weil wir total unterschiedliche spielcharaktere sind er macht es mit viel mehr feingefühle er geht viel mehr ins detail das wird bei mir wahrscheinlich nicht so der fall sein so tschuldigung auf jeden fall wir schauen uns das spiel machen wir spielen über pc wir spielen blind ich kenne den anfang nur ein bisschen vom von meinem freund mal reingucken haben wir angespielt und auch hier mal wegen den settings ich habe ich hoffe ich habe es wieder einigermaßen gut hinbekommen und da würde ich mal sagen let's rock und wir spielen es natürlich auch normal mit untertitel diesmal wieder dass man nicht dieselben probleme haben wie bei assassin's creed hinweise ja lassen wir mal drin weil ich auf dem mann noch nie gespielt und dann starten wir die gaudi mal ich hab was gefunden nicht anfassen man der legt dich um wann kommt der boss denn endlich der kommt schon riley sagt er hätte batman gesehen ist er auch hier in arkham city wieso solltet ihr herkommen ihr jungs müsst euch echt mal ein bisschen locker machen da ist batman was zum teufel tut mir leid euch enttäuschen zu müssen ein bisschen sehr weiblich für batman catwoman baby los geht's das ist der ort an den du sterben wirst das glaubst du auch nur du spätse an mir kommt das kätzchen nicht vorbei naja meinste ecke hier wieder raus und bam komm schon pack ihn dir baby weg ist er nachdem ich mich um die gekümmert habe nun zum eigentlichen grund meines besuchs dann schauen wir mal in den tresor rein versuche ich mir eins überzuziehen half das läuft nicht nimm sofort deine schmutzigen pforten da weg aufwachen mister way wir haben viel zu besprechen strange damit kommen sie nicht durch das bin ich schon längst hier ist wiki wail ich melde mich live aus arkham city dem umstrittenen super gefängnis im herzen gothams in wenigen momenten wird bruce wayne erklären wieso er sich plötzlich so sehr für lokalpolitik interessiert der berüchtigte playboy und millionär hat sich vorher noch nicht milliardier wiki millionäre sind doch völlig out rocksteady studios ich nehme an sie hielten sich für unantastbar ja wie sie bemerkt haben dürften ist niemand unantastbar vielen dank danke gotham hinter diesen mauern hier tragen bandenführer inmitten unserer einst großartigen stadt einen blutigen krieg aus jeder insasser aus der arkham anstalt und dem gefängnis von blackgate wurde in diese anlage verlegt wie soll das einen beitrag zur sicherheit von gothams bürgern leisten da schließen sie arkham city es ist außer kontrolle ich soll es schließen spätestens morgen bin ich ein held genau wie sie batman fängt heute an unternehme ich alles um arkham city zu schließen uns gotham wieder sicher zu machen ja ich muss mich wohl bedanken bruce wayne bruce wayne ließ sich so viel leichter fangen als batman und jetzt da wir sie haben kann protokoll 10 beginnen es wird mein erbe sein ein sinnbild ihres scheiterns und falls sie versuchen mich aufzuhalten werde ich allen ihr geheimnis verraten und ich leite die verdammt was soll das werden hast du gedacht wir hören dich nicht was helft mir was soll das werden helfe willkommen in den city was machst du hier nur den butler ungerecht was wirst hier drin sterben du wirst mir die seife aufheben du gehörst mir wieder auf dem boden worauf wartest du noch wälen Reihe A vorwärts 3A 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 bevor der mich auch noch ja bin unterwegs der pinguin hat ein kopfgeld auf sie ausgesetzt das hole ich mir ja du arbeitest für den pinguin hab ich was geht dich das an ich hasse den pinguin ich brich seinen kiefer richtig so wir zwei geht aus dem weg schwing deinen arsch hier hoch ok auf Zeit nur du stehst auf meiner liste welche liste du pfeife äh du mich auch weiter gehen gefangener die waffen runter mr wain wird uns keinen ärger bereiten nicht wahr mr wain die handschellen können dran bleiben wir wollen es ja nicht zu leicht machen stimmt's die türen schließen fertig machen für einlass ich kann nicht glauben neuer gefangenentransport Bruce Wayne na klasse gerade noch berichte ich über ihre lausige Pressekonferenz jetzt sind wir beide hier das wird ihnen eine lehre sein sich nicht mehr in die politik einzumischen was hören sie mir gut zu wenn die die tür öffnen ruhe bewahren bleiben sie in meiner nähe von einem der noch nie gekämpft hat lasse ich mir ganz sicher keine ratschläge erteilen ruhe bewahren sie versuchen uns angst einzuladen sorry man jeder ist auf sich allein gestellt es glaubst du noch wer wird denn krepieren wer ist hier drin spitze Aufstehen, Ryder. Ich sagte, aufstehen. Ja, Pinguin. Du, kleiner Sch... Ja, das sag ich jetzt lieber nicht. Klein ist er auf jeden Fall. Hallihallo, Mr. Wayne. Oh, was ist los? Soll ich Ihren Butler rufen? Cobblepot, Sie erinnern sich. Ich bin gerührt. Ihre Familie hat meine zerstört, Wayne. Das, nun ja, nennen wir es doch ganz altmodisch Rache. Komm, hau noch mal zu, jetzt soll ich grad nicht aufpassen. Tu doch nicht so, du Weichei. Ja, macht ihn kalt. Ich glaub, er hat mir die verdammte Hand gebrochen. Na, dreh dich um. Und... Pow! Siegst doch. Mit ordentlich Dampf unter der Waffel. Dafür werden Sie bezahlen, Wayne. Nix da! Pam! Und weg mit dir, Spezi! Nicht mit mir! So! Na, Pinguin, du kleiner Hosenscheißer. Ich muss weiter nach oben und Alfred kontaktieren. So, liegt der kleine Wichser auch im Dreck. So. Wie gesagt, diese paar Teilstücke kenn ich schon. Aber das ist jetzt nichts Dramatisches. Geht ja eh nur in eine Richtung weiter. Alfred, hast du meine Position? Gerade bekommen, Sir. Es gab mehr Interferenzen als sonst. Ich benötige einen sofortigen Abwurf auf dem Dach von Ace Chemicals. Ich bin auf dem Weg dorthin. Ace Chemicals! Na dann! Rüber mit dir! Und zack! Ich hab in den Abendnachrichten gesehen, wie sie abgeführt wurden. War es die ganze Zeit über Teil ihres Plans, sich festnehmen zu lassen? Nicht ganz. Obwohl mir das ein Vier-Augen-Gespräch mit Hugo Strange verschafft hat. Und wie verlief es? Gar nicht gut. Er weiß, dass Bruce Wayne Batman ist. Außerdem hat er mir gesagt, dass ihn etwas namens Protokoll 10 berühmt machen wird. Ich kann Arkham City nicht verlassen, bevor ich weiß, was es ist. Na, ich glaube, ich muss da noch eine Grafik-Settings ein bisschen spielen. Es zieht leicht nach. Merke ich jetzt gerade. Aber daran soll es nicht scheitern. Dann drehen wir halt irgendwas einen Ticken runter. Dass die Optik nicht zu sehr leidet. Ich bin gerade rechtzeitig. Da bremst halt wieder Fraps ein bisschen aus. Leider, leider, leider. Aber mei, was soll man machen? Ruff mit dir, mein Junge. Und da haben wir doch das, was wir wollen. Batmans Anzug. Na also. Du geile Sau. Ja. Schaut sich ja viel besser aus. Ich habe einer Tigerwache einen Code-Schlüssel abgenommen. Ich werde mich in ihr Kommunikationssystem hacken. Ja. 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 Mr. Dan's Vorliebe für das Binäre dürfte Miss Kyle gar nicht gut bekommen. Ja, es zieht leicht nach. Wenn es in Arkham City eine Person gibt, die weiß, was gespielt wird, dann ist sie es. Ich muss nach Catwoman suchen. Und mit diesen Worten beenden wir die erste Folge. Und sehen uns bald wieder in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir ein paar Kommentare. Am Anfang war jetzt noch nicht so viel möglich. Ich werde jetzt noch mal kurz die Grafik einen Ticken runterdrosseln, dass es nicht so nachzieht im Spiel. Wegen Fraps, leider. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Mehrdazo.